Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home, still I'm here alone and I'm calling yours. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Auslosungsvideo zu meinem Gewinnspiel. Ich verlinke euch das Gewinnspiel-Video nochmal unten in der Infobox. Jetzt ist das natürlich seit Freitag schon vorbei. Ihr könnt jetzt nicht mehr mitmachen. Heute findet ja schon die Auslosung statt. Aber dieses Freebie hier gibt es da zum Download auf meiner Ko-Fi-Seite verlinkt und das ist natürlich noch aktuell. Das könnt ihr auch noch weiterhin downloaden. Also müsst ihr nicht traurig sein, falls ihr das Ganze verpasst haben solltet. Ja, diese Preise gibt es hier zu gewinnen und wenn euch interessiert, wer die jetzt gewonnen hat und wer mir schöne Beiträge hat zukommen lassen, dann bleibt jetzt dran. Ja, mit diesem Gewinnspiel wollte ich mich ja ganz herzlich bei euch bedanken für die Abos, fürs Zuschauen, für die Likes, für eure Unterstützung bei meiner Shop-Eröffnung und so weiter. Ich nochmal ein herzliches Dankeschön auch an alle, die jetzt nur kommentiert haben und gar nichts eingesendet haben, weil sie gar nicht mitmachen wollten bei dem Gewinnspiel. An alle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß eure Unterstützung wirklich sehr zu schätzen. Alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten möchte ich jetzt Hallo sagen. Freut mich, dass ihr hier angekommen seid. Vielleicht seid ihr ja beim nächsten Gewinnspiel dann auch mit dabei. Ja, ich zeige euch jetzt heute, was ich Schönes bekommen habe. Es war ja nicht verpflichtend. Wie gesagt, ich habe unten das Gewinnspiel-Video nochmal in der Infobox, also in der Videobeschreibung verlinkt. Da steht auch nochmal, wie die Teilnahmebedingungen waren und ihr wart nicht verpflichtet, mir etwas zuzusenden. Ihr solltet einfach einen Beitrag vielleicht irgendwo posten, mir ein Foto schicken oder ihr durftet mir das natürlich auch zukommen lassen. Und die ersten drei Einsendungen, die ich erhalten habe, beziehungsweise drei Einsendungen von euch, habe ich erhalten, die ich auch physisch bekommen habe, also in meinem Postkasten hatte. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das Erste, was ich erhalten habe, war dieses hübsche Folio, was aus meinem Freebie gemacht wurde. Das war von der lieben Petra Lenk. Sie hat hier öfter schon auf meinem Kanal kommentiert. Und liebe Petra, ich finde das sehr lieb. Ich mag unseren Kontakt sehr. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass du mir das hast zukommen lassen. Ich finde das nicht selbstverständlich. Hier seht ihr dann auch nochmal so ein Ginkgo-Blättchen, hat sie aufgeklebt und ähnliches. Hat das dann ganz toll verarbeitet, auch vernäht in der Mitte hier, dass das wie so ein kleines Inlay war. Und den Umschlag hat sie verwertet. Hier hat sie auch noch von Tim Holz eine Paper Doll eingesetzt. Ganz, ganz tolles Papier hat sie benutzt. Das fasst sich ganz, ganz schön an. Und ja, und hier in dem Umschlag war dann auch noch was drin. So ein hübsches Cluster mit einer Briefmarke obendrauf, auch aus einem Ephemera-Pack. Und ja, alten Buchseiten, das ist natürlich immer wunderschön. Und wie ihr seht, der Umschlag halt als Klappe. Und hinten hat sie dann auch noch ein Täschchen gemacht. Und ich fand besonders schön, dass sie hier auch noch mit einem Geldstift oder mit einem Goldstift halt das Ganze umrandet hat. Das passte sehr gut. Und ja, sie hatte mir eine liebe Notiz geschrieben, die möchte ich jetzt nicht vorlesen. Und ja, sie hat dann halt ihren Wunsch mit diesem schönen Bildchen hinten dran gepackt für 2024. Ja, liebe Petra, ich hoffe, deine Wünsche werden auch in Erfüllung gehen für 2024. Ich danke dir herzlich und wünsche dir natürlich viel Glück gleich bei der Verlosung. Ja, dann hat mich erreicht von der lieben Esther Windbraut dieses schöne Teilchen. Schaut mal, mit einer kleinen Glocke. Das konnte man dann so öffnen. Der Verschluss alleine war schon wunderschön. Sie hat mit einem Designpapier zusätzlich noch gearbeitet. Und schaut mal bitte, wie schön sie hier den Rost simuliert hat hier vorne drauf. Und hier drunter sind auch noch so Spitzenlagen. Und ach herrlich, richtig toll. Dann konnte man das Ganze aufmachen und sie hatte mir auch noch was Liebes dabei geschickt. Vielen Dank auch nochmal für die Goodies. Da war auch diese tolle Karte obendrauf dabei. Ganz toll gemacht. Ich habe mich super gefreut, als ich das Ganze ausgepackt habe. Vielen herzlichen Dank nochmal. So, und man konnte halt die ganzen Sachen hier auch noch rausziehen. Sie hat noch so eine Identity Card gemacht. Die ist auch so hübsch geworden, finde ich. Das ist so wie so eine, ja, wie mit betippt. Ich denke, sie hat diese Karte als Grundlage genommen und das daraus gewerkelt. Und schaut mal, wie toll sie das vernäht hat jetzt hier auch noch. Ist auch von Tim Holz halt so ein Embellishment, beziehungsweise aus den, ja, Teils, Collage-Teils von den entsprechenden Serien. Und total toll. Und ja, hier dann auch noch ein schönes Kärtchen. Da ist embossed, auch mit einem Prägefolder vorne drauf. Den habe ich auch, finde ich total schön. Ja, hier ist gestempelt hinten drauf, habt ihr schon gesehen. Und hier hat sie sich dann nochmal die Mühe gemacht, noch in den Umschlag mit diesem Page-Tab dann etwas reinzupacken. Und hat das Ganze dann halt hier auch noch total schön ausgestaltet. Hier im Hintergrund ein echtes Eco-Dying-Papier. Das kennen wir doch. Und ja, Briefmarken und T-Cards. Ah, superschön. Ich fand das so niedlich und so liebevoll gewerkelt. Vor allen Dingen so Einzelteilchen, so kleine, süße Teilchen hier drin. Ganz toll. Und dass du das, ja, hier, das ist, ja, genau. Das war sowas wie eine Karte. Die Windbraut76, Wendy Chivargo nennt sie sich auf Instagram. So, da könnt ihr dann auch mal schauen. Da hat sie dann auch dieses Freebie nochmal verarbeitet, als Fotos gezeigt. Und vielen Dank, dass du mir das hast zukommen lassen. Und was ich halt super süß fand von der lieben Esther war, dass ihr Traum ist, ein Design-Team-Mitglied bei mir zu werden in 2024 für meine Digitalpapiere. Und liebe Esther, das war eine super süße Idee. Guck mal, mit dem Blättchen hier hat sie auch noch so ein Blättchen dran gemacht. Sehr niedlich. Nein, es gibt bei mir noch kein Design-Team, aber witzige Idee auf jeden Fall. Auch dir drücke ich natürlich jetzt ganz herzlich die Daumen beim Gewinnspiel. Und dann erreichte mich noch von der lieben Ursula Wechsel dieses schöne Folio. Da hat sie auch das Freebie verarbeitet mit alten Buchseiten in Kombination. Das ist wunder, wunderschön gewerkelt. Und sie hat halt sehr, sehr hübsche Texte verarbeitet und hat über ihre Träume geschrieben. Und nochmal im Hintergrund ein Digitalpapier. Und ja, es sind ganz wunderschöne Sprüche. Mir fehlt leider die Zeit, alles hier vorzulesen. Aber sei dir gewiss, ich habe mir das alles angeschaut. Und ich weiß das sehr zu schätzen, was du mir hier geschickt hast, was alle mir hier geschickt haben. Ja, hier sind weitere Designpapiere auch verarbeitet. Und ja, mein Traum war dann durch den Zauberwald. Und das fand ich halt einen ganz, ganz schönen Traum. Und ja, auch dir wünsche ich ganz, ganz viel Glück. So, alle hatten aber auch die gleiche Chance. Egal, ob ihr mir was physisch geschickt habt oder halt jetzt bei den Beiträgen, die ich euch einfach mal einblende. Ob ihr das nur als Post oder Foto mir geschickt habt. Die Beiträge jetzt sind als Foto, als E-Mail bei mir eingegangen. Ich habe mir erlaubt, die Fotos ein wenig zusammenzufassen. Weil sonst das alles ein bisschen zu lang dauern würde. Als erster Beitrag erreichte mich von Melia192 dieses schöne Traumfolio. Sie ist erst seit kurzem dabei, hat sie geschrieben und möchte sich ja verbessern und die Beste in vielen Bereichen werden. So hatte ich ihr Folio verstanden. Wunderschön, vielen Dank dafür. Der zweite Beitrag erreichte mich von Beate Heinz. Sie hat leider das Fibromyalgie-Syndrom und wünscht sich für 2024 mal schmerzfrei zu sein. Kann ich gut nachvollziehen. Sie hat eine ganz tolle Website www.kleidung-für-engelchen-und-sternchen-kinder.de Dann erreichte mich der Beitrag von Yvonne Erbersbach-Zaumseil. Sie möchte ihre Lieblingsinsel Hiddensee in Aquarell auf A3 malen. Das ist ihr Wunsch. Danke für deinen Beitrag. Und als letztes kam noch der Beitrag von Kigo. Eine Karteikarte. Sie möchte gerne in ihrem Glauben wachsen. Auch das ist ein schöner Wunsch für 2024. Ja, und die Beiträge, die ich euch jetzt zeige, diese beiden, sind halt auf Instagram und auf Facebook gepostet worden. Das war jetzt der Beitrag von der lieben Claudia, von Claudias Basteloase. Herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich habe das mal so ein bisschen gerahmt, dass das hier auch reinpasste ins Video. Wunderschön geworden. Vielen Dank. So, der andere Beitrag hier, das ist ein Beitrag von der lieben House of Chaos Art. Sie hat auch einen Instagram-Beitrag hochgeladen. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Da hat sie jetzt nichts dazu gepostet, sondern nur auf ihrem Instagram. Ich drücke euch allen auch natürlich ganz doll die Daumen jetzt. Ich zeige euch schnell nochmal die Preise. Das gab es zu gewinnen. Der dritte Preis war halt dieses ausgearbeitete Winterfolio, was es auch als Freebie auf meiner Ko-Fi-Seite gibt. Schaut da mal vorbei. Dürft ihr auch runterladen. So, und hier einen Kalender, den man so aufstellen kann. Das ist auch bei allen drei Preisen ist da einer von jeweils dabei. Finde ich ganz nett. Kann man super halt, ja, sich hinstellen. Auch wenn der Januar jetzt vorbei ist. Also, wir haben ja noch elf Monate. Alles gut, das kann man abreißen. Und dann geht's weiter. Ja, hier ein Notizheft. Die hatte ich auch mal im Shop. Jetzt sind sie alle verkauft. Und das letzte habe ich aufgehoben für den Drittplatz hier. Der zweite Preis war dieses Traveler's Notebook. Noch ein Kalender. Und von meiner Eiskeit abgekupfert Serie. Hier so eine Tasche. Und der Hauptgewinn, also der erste Preis, waren dieses Journal, dieses etwas dickere mit den vielen Ecopapieren. Und der Kalender und dieses Falttäschchen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das von innen aussieht, in dem Gewinnspielvideo hatte ich das nochmal alles genau vorgestellt. Jetzt starten wir einfach mal die Verlosung. Ich habe dafür den Random Comment Picker gewählt. So, mein Problem ist, dass mein alter Comment Picker, also den, den ich sonst immer benutzt habe, jetzt fast alles kostenpflichtig hat, was man so eingeben muss und wahnsinnig viel Werbung da drauf ist. Ich habe jetzt den Random Comment Picker genommen. Und wir haben jetzt das Problem, dass ich keine Leute ausschließen kann. Also, es waren ganz viele Kommentare dabei, die ich nicht bewerten kann, weil entweder keine Einsendung dazu erfolgt ist. Also, manche haben sich die Teilnahmebedingungen nicht gut genug gemerkt und da entweder nichts geschickt und einen netten Kommi hinterlassen oder halt nur etwas geschickt und, also, beziehungsweise auf Social Media gepostet und dann vergessen, einen Kommi zu hinterlassen. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Ich kann das aber auch nicht ändern. Also, es werden nur Leute jetzt berücksichtigt, die wirklich sich an die Teilnahmebedingungen gehalten haben. Das heißt, wir müssen leider jetzt bei jedem Post nachgucken, ob dieser Post auch wirklich für den Gewinn geeignet ist. Außerdem kann ich keine doppelten Gewinne hier jetzt ausschließen. Das heißt, wenn jemand ein zweites Mal gezogen wird, super, Glückspilz. Aber es wird jetzt nicht der erste und zweite Preis zum Beispiel an dieselbe Person vergeben, sondern jeder kann nur einen Preis gewinnen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Number of Minas eingegeben. Wir ziehen jetzt einfach Platz 3, Platz 2 und Platz 1 nacheinander. Und ich habe jetzt hier oben die URL von dem Video, also die Internetadresse von dem Video eingegeben. Und jetzt gucken wir, wer jetzt als erstes kommentiert hat und den dritten Preis gewonnen hat. 27 Posts gab es. Ich weiß, dass einer doppelt gepostet hat. Ah, wow. Gucken wir mal. Yvonne Ebersbach, Zaumseil 6751. Hallo Nicole, vielen Dank für das tolle Freebie. Meine Ergebnisse habe ich dir gerade per E-Mail geschickt. Mir gefallen deine Videos sehr gut, da du sehr detailliert die Vorgänge erklärst. Außerdem machst du viel mit Naturthemen und das ist voll meins. Vielen Dank für die vielen inspirierenden Videos. Liebe Grüße, Yvonne aus Sachsen. Ja, liebe Yvonne, ich freue mich, dass du gewonnen hast. Der dritte Preis geht raus an dich. Dann versuchen wir jetzt nochmal unser Glück. Ziehen wir direkt in Folge jetzt den Platz 2, ja, den Platz für den zweiten Preis. Ah, wir müssen glaube ich nochmal die URL des Videos eingeben. So, und jetzt nochmal ziehen. Okay, es funktioniert. Gucken wir mal, wer diesmal gewinnt. Platz 2. Nein, leider ist die Nathalie nicht unter den Gewinnern. Sie hat mir einen netten Kommentar hinterlassen, hat aber leider keine Einsendung vorgenommen. Dementsprechend tolle Idee. Vielen Dank für das Freebie. Hab den Kanal erst neu entdeckt. Werde jetzt noch etwas in deinem Video stören. Vielen Dank dafür, Nathalie. Aber du kriegst leider nicht den zweiten Preis, weil du nichts eingesendet hast oder gepostet hast. So, wir geben nochmal die URL ein und versuchen nochmal den zweiten Gewinner zu tippen. Das müssen wir jetzt so lange machen, bis ein Kommentar auftaucht, der dafür auch qualifiziert war. Es tut mir leid, dass das ein bisschen dauert, aber so ist es fair und ich möchte das auch am Stück aufnehmen, dass ihr wisst, dass ich nicht scheete. Oh, Iris. Vielen Dank, dass du super und tolles Freebie gepostet hast. Aber auch du hast leider nichts eingesendet oder gepostet. Das heißt, du hast mir nur einen lieben, worüber ich mich auch freue, ja, nur einen lieben Kommentar hinterlassen. Mal gucken. Das kann natürlich jetzt noch ein bisschen dauern, das tut mir auch leid, aber das nächste Mal lose ich wieder per Hand aus. Das ist viel, viel sinnvoller, solange müssen wir nicht warten. Hallo, Bierle Design 4055. Alles Gute für das Jahr 2024. Ich sehe deine Videos sehr gerne, weil du gut erklären kannst und nicht so lange Videos zeigst. Weiter so, danke auch für das Freebie-Gruß, Birgit. Ja, leider tut es mir leid, du hast auch nichts gepostet. Dementsprechend können wir dich leider auch nicht berücksichtigen. Versuchen wir es nochmal. Es dauert immer ein bisschen. Ja, nochmal, Iris, funktioniert leider nicht. Und ihr seht, das Prozedere, wenn ich jetzt schneiden sollte, dann liegt es daran, dass ich jetzt 5 Minuten lang keinen Gewinner ziehe. Da müsst ihr mir einfach vertragen. Hi, Milia192. Liebe Nicole, ich danke dir für deine tolle Arbeit, deinen Mut mit deinem eigenen Shop und dass du dich ganz auf deine Kreativität einlässt und uns dabei teilhaben lässt. Ich mag deinen Kanal, weil du sehr sympathisch bist, in Ruhe erklärst, sehr authentisch bist und du grün, auch so liebst wie ich. Ja, das tue ich. Das hat mich übrigens bewogen, dir ganz spontan nach dem ersten Video zu folgen, wo du das erwähnt hast. Das mache ich sonst nicht. Ja, ich würde gern am Gewinnspiel teilnehmen und werde dir per Mail ein Foto meines Projektes mit deinem Freebie zukommen lassen. Ich bin erst Anfänger, habe noch wenig Material, bin aber motiviert, mal was zu wagen und werde daher sehr gern, dein großzügiges, hübsches und vor allem grünes Freebie dazu nutzen. Und das ist gar nicht schlimm, wenn du gerade auch noch bei etwas lernst, digitale Papiere kreieren. Erstens sehe ich deine kleinen Fehler überhaupt nicht und zweitens ist es beruhigend, wenn auch bei Profis noch immer, wenn das auch bei Profis noch immer der Fall ist. Herzliche Grüße. Das ist super sympathisch. Dein Beitrag ist bei mir auch eingegangen. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Wunderbar. Wir machen weiter. Jetzt wird der Hauptpreis gezogen und ich hoffe, das wird auch gut funktionieren und wir werden einen Gewinner ermitteln können. Ich bin schon ganz gespannt, ob es jetzt durchläuft. Ja, das ist leider auch kein, liebe Heike, ich danke dir total für deinen lieben Kommentar, aber auch du hast, hallo meine Liebe, ich habe deinen Kanal auch erst vor kurzem gefunden. Vielen lieben Dank für das tolle Freebie, ich freue mich auch schon damit zu basteln, liebe Grüße Heike. Es ist leider kein Beitrag eingegangen und das versuchen wir jetzt nochmal. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen Gewinner ziehen können. Ah, Esther Windbraut, 6025. Liebe Nicole, was mag ich an deinem YouTube-Kanal? Das zu erklären könnte länger dauern. Ich sehe dir gern beim Werk hinzu, höre gerne deine Erklärungen und lerne immer wieder dazu. Ich liebe die kleinen Aha-Effekte, wenn wieder ein Stück Erfahrungsschatz abgeworfen wurde und ich mag die Materialien, mit denen du arbeitest. Vielen Dank für das Freebie. Ich habe mit Spaß daran gewerkelt und leider direkt meinen ersten Vorsatz für dieses Jahr bereits gebrochen. Ich wollte häufiger meine Masteln leihen auf Instagram posten. Jetzt habe ich meinen Dings da gewastelt und voller Vorfreude verpackt und vergessen, ein Foto davon zu machen. Ich bin manchmal so verpeilt. Aber was mich freut, ist, dass jetzt mein Dings da auf dem Weg zu dir ist. Jetzt muss ich bangen, ob es auch ankommt. Das Thema sollte sein, mein Traum. Du hast im Video auch gesagt, Träume können auch unerreichbare Fiktion sein. Das habe ich wörtlich genommen. Herzlichen Glückwunsch zur Abo-Party. Oh Esther, liebe Esther Windbraut, das ist so lieb von dir. Ich freue mich total, dass du den ersten Preis gewonnen hast. Es war jetzt auch eine physische Einsendung von Esther, die ist angekommen. Und ich gratuliere dir ganz herzlich und ich freue mich immer sehr über deine Kommentare, muss ich sagen. So, als kleine Überraschung zum Schluss. Alle, die ich heute hier in dem Video gezeigt habe, die mir etwas eingesendet haben, also einen Beitrag gepostet haben und auch mir einen lieben Kommentar hier drunter hinterlassen haben, die dürfen sich ganz super gerne bei mir melden, mir auch ihre Adresse schicken, wie auch bitte die Hauptgewinner, die ich jetzt gerade gezogen habe. Schickt mir binnen einer Woche eure Adresse zu, per E-Mail an nicolwitt at naturespiritjournals.de. Ja, unten in der Infobox ist das natürlich verlinkt. Da könnt ihr nochmal die Adresse nachlesen. Ja, ich hoffe, allen hat heute Spaß gemacht, bei der Auslosung zuzuschauen und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben. Gute Musik Vielen Dank.